Hi, ich bin Soltich mit Maik. Ich zeige euch heute zwei Spiele, einmal für Android und iOS. Die Spiele könnt ihr beides benutzen. Das ist einmal das Power Ranger Spiel, das ist aktuell auf dem Markt. Und Tunnel Wash, das ist so ein Strategiespiel mit Reaktionsgeschwindigkeit und wie euer Reflex ist. Sehr interessant, wenn es euch gefällt, lasst euch runter, das Ganze ist kostenlos. Beim Play Store für Android und iOS in der Apple Store. Und schaut zu. Ich hoffe, es gefällt euch das Video. Wenn euch das gefällt, gebt mir ein Like nach oben, abonniert meinen Kanal. Und dann legen wir mal los. Euer Dich, ich bin Maik. Bis dann. Ciao. Ich bin Maik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020